Hallo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Fahrt von Pokémon Infinity. Ich war nicht heilen, weil ich ein Dödel bin. Beziehungsweise hoffe, dass eigentlich hier drüben gleich die nächste Stadt auf uns wartet. Ähm, wir sollten vielleicht einmal kurz über den Squad drüber gehen. Wir haben diese wunderschöne, ich vermute immer noch, Vorentwicklung von Mehtank. Da haben wir die vermutliche Vorentwicklung von dem guten Skarmory. Wir haben ein Regional Bulbasaur vom Typ Pflanze-Gestein. Wir haben ein Regional Habitake mit Unlichtkampf als Typenkombi und ein Regional Foodhut mit Unlichtflug momentan in unserem Squad. Ähm, nochmal kurz was anderes auch. Das Layout sah beim letzten Mal nicht ganz richtig, also was heißt nicht ganz richtig aus? Ich habe ein bisschen was verkackt bei der Aufnahme gehabt und deshalb sah das Layout so aus, wie es beim letzten Mal aussah. Aber jetzt sieht es so aus, wie es auch eigentlich aussehen sollte. Es tut mir sehr leid, ich habe nicht richtig aufgepasst. Fragt nicht, wie das so zustande kam. Es war jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Ähm, ich vermute, ich werde es schon irgendwie sinnvoll gefixt bekommen haben, hoffentlich. So, wir wollen heute auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen. Äh, es gibt einiges zu tun. Wir müssen durch eine riesige Kackhöhle auf jeden Fall durch. Und ich, ja, ich liebe Höhlen. Wow. Liebe ich Höhlen. Ich bin echt nicht so der Höhlenboy, muss ich gestehen. Ich finde die Höhlen in den meisten Spielen, finde ich eher immer so meh, außer es sind so Glitzer, Glitzer, Sparkle, Sparkle Höhlen. Dann finde ich die ganz cool. Aber ansonsten bin ich einfach nicht so der Höhlen-Typ. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir das noch überleben und dann hoffentlich killen. Wunderbar. Ähm, ansonsten. Ja, bin ich einfach gespannt, was hier noch so passiert. Dann werden wir beim letzten Mal erfahren, dass, äh, was heißt erfahren? In unserem Traum sind definitiv oder in dieser Trance komische Dinge passiert, bei denen wir mal gucken müssen, was wir dann, was es damit auf sich hat. Äh, müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt, äh, in die nächste Stadt kommen, damit wir dort Arcanium Ore bekommen. Ähm, bis dahin sollte dann auch das Gadget, was der Professor für uns repariert, fertig sein. Ja, und das ist so, ich denke mal, das sind so einige Dinge, die gewesen sind. Wir haben unser ganzes Abenteuer im Allgemeinen natürlich da auch gestartet und so. Also von dem her, da ist schon ein bisschen was passiert, würde ich sagen. Ich denke, da ist einiges auf jeden Fall passiert. Also ich sehe von hier aus schon mal, dass da noch eine TM ist. Und ich bin mir auch eigentlich sehr sicher, dass das da drüben ein Mogelbaum sein sollte. Zumindest gehe ich davon aus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher, dass das der Mogelbaum-Sprite ist. Das heißt, maybe wenn wir aus der Höhle irgendwie rauskommen oder so. Es gibt wahrscheinlich irgendwo so einen Weg, wo man rauskommt. Da finden wir das dann. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann wirklich ein Mogelbaum ist und vor allem auf welchem Level der dann ist. Hallo ohne... Aua! Ich hoffe echt, es kommt noch mal in meinem Pokémon-Center vor der Höhle oder in der Höhle ist jemand, der mich heilt. Weil ansonsten ist das hier langsam schon ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Wirklich, ich glaube, wir haben echt mehr... Ich glaube, der wird physisch. Oder es liegt an unserem Plus-Attack-Wesen und den vielen Angriffs-DVs, die wir bis dato gesammelt haben. Vermute, es ist eine Kombi aus beidem. Donnie, my boy, was geht ab? Okay, und da drinnen kann man anscheinend nicht mal Flash benutzen. Okay. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie wir da hin oder durchkommen. Oder auch nicht, weil seine Grandma einen speziellen Berry-Juice hat, den wir... Doch, also mit dem müssen wir rüber. Der bringt mir jetzt nicht, dass ich auf einmal leuchte. Ich weiß nicht, warum ich gerade dachte, dass die V im Blitz nicht hilft. Aber so ein Berry-Juice, der mich zum Leuchten bringen könnte, der vor allem mich zum Leuchten bringt, dass das die Antwort ist. Oh! Das ist der Trick-Master, das ist das Trick-House. Oh, das ist sehr nice, dass es das hier auch gibt. Das ist ja mega cool. Und hier liegen sogar ein paar Items rum. Ja, die nehme ich sehr gern mit. Und sind dann hier auch wieder so Schriftrollen oder... Ah, nein, so Schalter und Trainer. Genau, okay. Das heißt, ich vermute, wenn ich... Ich weiß nicht, ob wir nur einen Schalter brauchen. Ich würde eher mal guessen, wir brauchen mehr als einen Schalter. Wenn wir dann genug von denen gedrückt haben... Gibt's, I guess, irgendwie was? Mal gucken. Okay, wenn man zwei Schalter drückt, erscheint hier in der Mitte eine Truhe mit zwei Full-Heals, drei Sodapops und einem PP-Up. Ja, sag ich nicht nein. Kann man auch ein bisschen was sicher von verkaufen, weil ich kann euch schon mal sagen, wir werden im späteren Spielverlauf Geld noch ein bisschen was brauchen. Mit späteren Spielverlauf meine ich ziemlich sicher noch in diesem Part. Na gut, dann ab in die Höhle, die aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so dunkel ist. Also, das hält sich, um ehrlich zu sein, echt voll in Grenzen. Mit Schutz könnten wir uns natürlich vor den ganzen Monstier schützen. Ich überlege aber, da wir ein paar Level brauchen, ob ich einfach hier ein bisschen was mit Bisasam an die Wand jeweils klatschen werde, weil sowas wie Geodou zu besiegen, sollte jetzt nicht das Problem werden eben. Es scheint auch so, als würde es hier mehrere Wege geben, okay. Und es bleibt alles aber so in diesem dunklen Ton. Da ist ein Pflegknoll, das einfach rumfliegt, okay. Ich muss auch mir erstmal ein bisschen Orientierung hier wieder verschaffen, weil ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung, wo wir grob hin müssen, was wir alles holen müssen, aber jetzt kriegen wir einen Struggle-Bug. Oh, das ist eine sehr interessante Themen, muss ich sagen. Da ist schon wieder ein Höhlenausgang. Warum denn jetzt schon ein Höhlenausgang? Aber okay, auf welchem Level sind denn die Trainer hier drin? Dunsburce Level 9. Okay, das ist jetzt erstmal nicht ganz gigantisch hoch. Ich hätte auch sehr gerne Dunsburce, damit wir Sheldar maybe trainen können, denn ich muss gestehen, ich habe aufgrund eines Vorschaubildes gesehen, dass Sheldar auf jeden Fall hier eine Regionalform hat. Das heißt, ich hätte die natürlich ganz gerne, ne? Das ist dann die Schwierigkeit. Ich schaue jetzt mal schon mal, was bei diesem Ausgang hier ist, weil maybe, oh, finden wir eine TM05 Brüller. Könnte ich da jetzt runterrutschen? Nee. Okay, das ist also ein Zeichen für Kraxler. Okay. Das heißt, in dem Spiel gibt es auch auf jeden Fall Kraxler. Jetzt haben wir hier schon wieder mehrere Möglichkeiten, weil wir können da oben lang, aber ich glaube, da ist jetzt nichts mehr anscheinend. Und wir können noch weiter nach rechts gehen. Wir haben im Übrigen jetzt auch Absorber hier drauf. Ich dachte mir, nochmal ein bisschen Recovery ist sicher nicht verkehrt. Und wenn ich die Giftattacke habe, brauche ich eigentlich erstmal keinen Normalmove. Dann würde es schon so weit so passen. Okay, ich bin auch nochmal an den Anfang gegangen. Und hier ist sogar eine Treppe, die nach unten führt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht welcher Weg richtig ist. Ich glaube tatsächlich, diese Treppe führt mich erstmal nur zu was provisorisch anderem. Deshalb würde ich jetzt einmal mal gucken, was wir dort bekommen. So ein paar extra Items, die ich gerne mitnehme. Oh, oder sie führt mich nur zu diesem Trainer hier, bei dem ein Supertrank ist. Okay. Oh, und der bringt einem meiner Pokémon Rollout bei. Und Patrick Eid, auch dieser Samen können das nicht? Okay, das ist ein bisschen... Das ist kacke. Aber okay. Mehr scheint hier nicht zu sein. Wobei man... Ich da ja schon sehe, in irgendeiner Form komme ich hier nochmal hin, weil da liegt immer noch, oder was ist immer noch, noch eine Thema. Also wirklich mit Thems wird man hier am Anfang ein bisschen zugeschüttet, muss ich. Mitgestehen. Aufentspannt chillt hier auch einfach ein freaking Onyx. Level 16. What the hell? Ähm, ich... Also ich glaube, wir sind echt krass underlevelt, habe ich langsam das Gefühl, weil... Also wenn Onyx hier schon wild Level 16 erscheint und nur gerade mein Wieser Samen so ein bisschen hinterherkommt, aber ich... Also es gab halt jetzt auch nicht irgendwie mehr Trainer oder so, äh, mit denen ich da jetzt irgendwie mehr hätte rausholen können. Das finde ich schon... Das finde ich ein bisschen gemein. Themen 46 Raub ist also die Themen gewesen, die hier rum lag. Okay. Leider keinerlei Möglichkeit hier bisher sich zu heilen. Das finde ich... Das finde ich wirklich nicht geil, muss ich sagen. Also die Healing Spots sind bisher ein bisschen durchwachsen, muss ich gestehen. Okay, in der Nähe von dem Onyx gibt es noch eine Themen, die Themen Low Sweep. Oh, kann das Habitat klären? Das wäre jetzt sehr angenehm, wenn er das klärt. Oh mein Gott, okay. Weil dann haben wir... Ich glaube, Pack brauche ich eigentlich auch nicht mehr wirklich. Haben wir jetzt hier eine echt gute Option, nochmal ein paar Fighting... Äh, Fighting-Types sage ich schon. Ein paar Rock-Types noch ein bisschen besser fertig zu machen. Weil ich glaube, das Spiel will ein bisschen, dass man teilweise echt gegen so wilde Pokémon antritt. Weil... Also wenn das Onyx schon Level 16 war, ich bin halt... Und sonst mit viel zu vielen Monstern richtig weit an der Level. Das... Das will ich auch nicht haben, hä? Hier gibt es nochmal einen Ausgang. Ah, der uns jetzt aber zu diesem potenziellen Mogelbaum-Spot bringt und uns tatsächlich eine Quick-Claw gibt. Hm. Endlich mal auch ein Item, mit dem man actually was anfangen kann. Ja, ich geb's mal Picknitz. Ich hab das Gefühl, Picknitz ist somit unser langsamster Boy. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ist das wirklich ein Mogelbaum? Ist das wirklich ein Mogelbaum, ne? Ach, du heilige Kacke. Level 17? Ja, das... Das verstehe ich wirklich nicht. Also... Wann, wie und wo... Na, Gott. Hätte ich dazu kommen sollen, so gut zu leveln, dass ich irgendwie mit einem groben Squad... Also, das würde ich ja nicht mal schaffen mit einem Squad von so drei Pokémon. Dann wäre ich ja gerade mal so... Alter. Dann wäre ich gerade mal so ungefähr auf dem Niveau davon. Also, das ist schon meiner Meinung nach ein bisschen frech. Ich muss eigentlich hoffen, dass er jetzt nicht nochmal Fußkick drückt, ne? Okay, beziehungsweise wir sind schneller. Das ist auch ganz gut. Und dann kriegen wir, glaube ich, genug KP, dass wir den nächsten Hit nochmal überleben können. Und er mimickt eh nur Absorber. Das ist dann auch okay für mich, aber... Also das... Also... Level... Bin ich bisher... Also, ne? Das kann man auch anderweitig lösen. Jetzt muss ich halt nochmal heilen gehen, aber es ist eh okay, weil mein Team jetzt eh ein bisschen angeschlagen ist. Oh, aber wir erreichen Level 16 und das dürfte das Level sein, wo wir unsere erste Entwicklung sehen. Und jetzt kriegen wir unser hoffentlich sehr nices Bisa-Knost. Ich bin sehr gespannt. Wird wahrscheinlich ein größerer Kaktus sein und ein bisschen mehr in die... Ja! Eigentlich soll Richtung gehen. Finde ich bis hierhin sehr cool. Foreign Whip. Was ist das? The target is struck with fake-spiked vines. Fake. High-critical-Hit. Okay. Ist das besser als Dry-Needles? Eigentlich nicht mal unbedingt, um ehrlich zu sein, weil ich würde gerne speziell einen physischen Move haben. Wenn ich halt zweimal hitte, ist kacke. Wenn ich dreimal hitte, komme ich auf... Ja, doch, ist schon besser. Also der Multi-Hit-Move ist halt nice aufgrund der ganzen Sturdy-Monts, die halt hier sind, ne? Also dafür wäre es halt nicht verkehrt gewesen, aber naja. Äh, gut, dann... Ist das ein Trainer? Oh, das ist wirklich noch ein Trainer. Siehe ich den Trainer und das Anton und gucke mal, ob da unten noch was ist. Ansonsten muss ich halt... Ich muss ja jetzt zum Pokémon-Center rennen, so like... Ja. Gut, dass jetzt mein Unlicht-Pokémon down ist. Ansonsten weiß ich halt nicht, was ich sonst... Alter, scheiße! Was ich sonst machen soll. Okay, aber tatsächlich liegt hier noch eine TM rum. Die TM-10 Hidden Power. Okay, das ist immerhin auch nochmal ganz cool als Coverage-Option vielleicht für ein paar Monst. Aber ja, also das mit der Heilung... Wobei waren wir in dem... Ja, das war das Trick-Haus, ne? Da war halt ein PC und ich könnte alles... Ich könnte einmal alles auf den PC legen, ne? Bro, ich habe einfach schon wieder eine TM-Verhöhner. Also ich liebe ja TMs, aber die Pace, in der man die bekommt, die macht mir langsam Angst. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt einfach heißt, dass das Spiel furchtbar schwierig wird. Oder warum ich das in so einer krass schnellen Pace alles bekomme. Boah, und Onyx geht mir ein bisschen auf die Nerven, ne? Weil der so viel an der Stelle aushält. Einfach nicht witzig mit dem Gesellen hier, ne? Ist einfach nicht witzig gerade. Also auch allgemein, die Trainer... Der hat jetzt ein Mon-Level-14. Das ist halt auch schon wieder super hoch gelevelt. Also ich weiß halt auch nicht, wann oder wie ich auf das Level kommen sollte, ohne wirklich aktiv zu grinden, ne? Also es geht halt auch nicht. Guck mal, die wilden Monster einmal Level 14. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich mir anpassen. Ich glaube nicht. Also sonst würden die das, glaube ich... Oder müssten die es außerhalb dieser Höhle ja auch machen. Und da machen sie es ja nicht. Also ich weiß ja nicht. Und die anderen weiß ich noch gar nicht, wie ich die gut nachziehen soll. Das ist eine hübsche, süße, kleine Brücke. Aber bis dato sieht das alles noch sehr ähnlich aus. Also dass das jetzt, ne? Sich hier nicht so viel verändert in der Höhle. Wobei jetzt immer mehr Kristalle oder... Was das hier sind. Maybe ist das dieses Arcanium Ore? Aber das bezweifle ich fast. Also irgendeine Art von Kristall ist es auf jeden Fall. Hier ist auch so eine komische, brüchige Wand. Ah, und da kann man vielleicht mit Schaufler rein? Aber da stand irgendwas von The Right Gear. Also maybe ist es das, was der Professor repariert. Und dann kann man hier nochmal rein. Und entweder die Höhle ist noch größer, als sie es jetzt eh schon ist. Ich bin schon circa eine halbe Stunde hier drin. Oder... Es ist halt wie, wie in Gen 4 der Forscher sagt. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Boah, ich war gerade nochmal heilen. Aber ich glaube, jetzt sind wir genau draußen. Oh mein Gott, das hat sich gar nicht mehr gelohnt, nochmal zu gehen. Naja, schade. Es ist aber inzwischen sogar Nacht geworden. Ähm, das ist okay. Oh. Und der sagt uns hier direkt auch was wegen dem, äh... Arcanium müsste es gehießen haben. Ich glaube, ich habe doch irgendwie Arorium gesagt. Und da ist Geralt einer der Ego-Council-Members. Okay. Und wenn wir den besiegen, dann kriegen wir das größte Stück, was gefunden wurde. Das ist krass. Ja, das hätte ich eigentlich ganz gerne, aber hey, ist okay. Und Lucy ist einfach hierher geflogen. Die hat mich ja nicht mitnehmen können oder so, ne? Nein, 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 nein. Das ist unmöglich, ne? Das ist unmöglich. Ähm, ich glaube aber, die erzählt mir hier an der Stelle nicht wirklich was Interessantes. Außer, oh, außer, dass wir jetzt auch die TM-Fliegen bekommen. Das ist nice. Ah, und wenn wir den Orden von ihm haben, dann dürfen wir auch Fliegen außerhalb des Kampfes benutzen. Okay. Das heißt, wir müssen den in irgendeiner Form besiegen. Aber dann müssen wir natürlich erstmal den besiegen. Da dürfen wir nicht rein. Und die labert irgendwas von der Palkia-Geschichte, hat sie gesagt. Tatsache, ja. Ähm, bei dem Palkia seine kosmischen Power oder seine kosmischen Kräfte benutzt hat, um Giratina, ähm, wegzusperren. Manche sagen auch, dass Dialga da irgendwie mit zu tun hatte, aber... Das ist denen wurscht. Das juckt denen nicht. Gut zu wissen. Was ist das da? Das ist ein Tempel. Es scheint momentan irgendwie alles zu zu sein aufgrund des Festivals. Wir kriegen einen Clean-Stack. Okay. Ich glaube, hier ist so ein Brunnen. Ah, und da können wir Geld reinwerfen. Na gut. Ich glaube, ich muss mal nachgucken, ob wir irgendwie was... Okay, die Statue sieht mies geil aus. Vor allem wie das Auge leuchtet. What the fuck? Auf jeden Fall sieht das so aus, als wenn wir hier erstmal nicht mehr weiterkommen. Okay. Ähm. Dass das Auge vom Palkia leuchtet, finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber wir kommen hier anscheinend jetzt erstmal nicht so wirklich weit. Ich vermute, wir müssen mit dem Typen sprechen. Ich würde es aber gerne eigentlich ein bisschen hinauszögern, muss ich sagen. Hier können wir uns Items kaufen. Stardust können wir kaufen. Das lohnt sich doch gar nicht, oder? Und da haben wir auch das, ähm... Das Eis. Das würde uns um 35 KP sogar heilen. Warte mal. Wir können ja mal ein bisschen was verkaufen. Wir haben, glaube ich, inzwischen was. Wir haben dreimal... Ein Stardust bringt 1000. Und wir könnten einen für freaking viel zu viel Geld kaufen. Also für 2000, für das Doppelte können wir den kaufen. Das ergibt doch gar kein... Okay, ich glaube, es ist wirklich alles zu, ne? Gar kein Sinn. Jo, das sieht wild aus. Was ist das? Es ist auch zu. Okay. Und hier gibt es aber wenigstens ein Charcoal, okay. Aber immerhin ist hier ein bisschen was... Das ist einfach ein Palim, Palim, what? Auf welchem Level ist das Teil schon wieder? 15. Ich weiß nicht, ob ich nicht hier irgendwie eine Level-Session einlegen muss, weil, also... Also wenn ich jetzt gegen den Trainer, also gegen den Arena-Leiter in Anführungsstrichen kämpfen muss direkt... Ich habe ja gar keine Chance, wenn der ein bisschen höher gelevelt ist. Vielleicht mit welchem Pokémon. Wir haben zwei Level 16. Und Spearow hat gefühlt keine Death. Der kippt an allem um. Also, ähm... Ja, ne? Vielleicht level ich hier irgendwie ganz kurz. Ich weiß halt nicht, auf welchem Level die Monster sind. Dass wir wenigstens irgendwie alles auf 16 oder so haben. Aber es gab halt wirklich nicht mehr Trainer. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendeine riesige Passage verpasst. Aber es kann nicht sein... Level 16? Was? Okay, das ist krank. Das ist wirklich krank. Wann hätte ich denn auf das Level kommen sollen, hä? Okay, ich habe jetzt nicht wirklich viel gelevelt, bin ich ehrlich, Freunde. Wir sprechen einfach mal mit ihm. Mich würde es eigentlich wundern, wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen müssen. Weil, äh, ja. Wir sind nicht in der Arena. Er sagt auf jeden Fall, er hat uns noch nie getroffen, obwohl er eigentlich jeden auf dieser Insel kennt. Ähm. Aber okay, schön dich zu treffen. Ähm. Er ist einer der ältesten Members oder Teilnehmer, nicht Teilnehmer, Mitglieder des Ego Councils. Und er ist einfach nur hier, um quasi das Ende des Chorus-Festivals sich anzugucken. Ähm. Der ist eigentlich in Ecorock aufgewachsen. Und er geht halt jedes Jahr auf dieses Festival. Das ist aber süß für ihn. Okay, und wir sollen anscheinend, wenn wir dann in Ecorock sind, dort gegen ihn kämpfen. Okay, 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 okay. So, und wir sollen dann einfach weitergehen. Ja, aber gut, was soll ich dann jetzt machen? Weil, also, hä? Wie gibt's hier sonst nichts, was ich machen kann? Ja, ja, nur gesagt, ich soll es beim nächsten Mal machen. Da tanzen welche. Die spielt Flöte, die sieht noch ein bisschen außergewöhnlich aus. Und spielt irgendeine andere Musik. Aber das check ich auch. Ne, das war die Pykeia-Story. Was ist das hier eigentlich? Move Relearner and Ego. Warte, was? Achso, nein, das ist nur das Allgemeine. Okay, wir sollen erst noch mit irgendwelchen Freunden reden. Und dann können wir irgendwie gegen den antreten, oder wie? Müssen wir doch gegen den antreten? Ich glaube, mit dem haben wir noch nicht geredet, ne? Und von dem kriegen wir anscheinend dieses Arcanium. Wir müssen diesen alten Mann da unten... Oh, nein. Wir müssen den jetzt wirklich besiegen? Ich hoffe wirklich, dass der jetzt nicht irgendwie krank gelevelt ist, ne? Wir probieren es jetzt einfach mal, ne? Weil was anderes als das machen kann ja eh nicht. Moment, wir wollen jetzt hier keinen Speed. Da ist Ego-Elder-Geralt. Mit dem Scheinungs-Level 15. Sag mal, wenn es auf Level 15, 16 oder nur 15... ...bleibt es noch okay. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank keine Schwäche. Ich weiß halt nicht, ob Beat-Up stärker ist. Ich glaube, Low-Sweep ist besser. Und auf Plus-Eins one-shotten wir den sogar. Okay, das ist halt super. Das ist ein sehr guter Start für uns. Ja, geht den Nidorinas-Teil schon wieder Level 16. Das finde ich nicht so nice. Aber auf Plus-Eins, maybe einen geilen Flinch würde ich fühlen. Okay, es ist immer ein Drittel-Damage, leider direkt Poison. Aber wir kriegen auch den Flinch, den nehme ich auch mit. Ich habe echt Angst. Und dann wird das letzte Mann vermutlich Level 17 sein. Wir kriegen einen Crit und noch einen Flinch, Freunde. Flinzienchen gönnt. Okay, er geht auf den Supertrank. Das ist aber okay für mich. Bin ich ehrlich, wenn er einen Supertrank hat und den hier gleich verbraten will, das ist vollkommen... Das nehme ich in Kauf. Maybe... Wenn jetzt kein Doppelkick kommt, könnten wir... Oh mein Gott, wir kriegen noch einen Flinch. Ein Flinzienchen flinch sich ja einfach komplett durch, ne? Was eine Maschine. Was eine Maschine ist dieses Habitac denn bitte? Wohlverdientes Level-Up. Pursuit brauchst du nicht, meiner Meinung nach. Kriegen nochmal ein bisschen Poison-Damage. Und was ist das letzte Mon? Ein Furo, okay. Warum Level... Warum denn jetzt auf einmal von 16 auf 20? Hey, ich check die Level-Spikes hier nicht. Oh mein Gott, wir machen den Fury-Attack-Dodge. Okay, Init-Drop könnte unfassbar wichtig auf dem da werden. Vielleicht kriegen wir jetzt nämlich noch einen Hit raus. Ich gehe nochmal zur Sicherheit auf Low-Sweep, dass alles danach den killen kann. Wir kriegen noch einen... Flinzienchen reißt hier gerade alles an sich, ne? Ich glaube, ohne Flinzienchen wäre dieser Kampf auch gar nicht erst möglich. So, jetzt ist die Frage, wen schicken wir als nächstes rein. Ich würde fast Selina so mit Fake-Out plus ein Move sollte das killen können. Und dann kriegt das Teil wenigstens super viele Erfahrungspunkte. Ja, boah, das killt halt so weit weg vom killen. Aber wir resistieren ja immerhin alles, ne? Der sollte nur hoffentlich Flug- und Normal-Moves haben. Bisher hat der auch gefühlt nur Fury-Attack. Kriegen wir den jetzt einfach weg? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben uns durch diesen Kampf komplett durchgehext. Weil wir sind ja gigantisch unter dem gelevelt gewesen. Also wirklich gigantisch. Ich habe keinen Plan, warum der Level 20 gerade war. Also das ist wirklich ein bisschen lächerlich. Warte, kriege ich jetzt den Orden? Also es war anscheinend nicht so ein Kampf, wie er es bevorzugt hätte. Aber wir kriegen... Okay. Cool, Badge. Orden Nummer 1 haben wir damit. Und damit dürfen wir jetzt auch fliegen. What the fuck? Okay, aber wenn wir in Haze-Port-Cities sind, dann kriegen wir noch mal einen richtigen Kampf gegen ihn. Und einer von denen lebt sogar gerade hier. Das ist wild. Ja, aber andererseits. Ich meine, wir haben halt jetzt den Orden dafür bekommen. Das finde ich auch krass. So, dann geben wir ihm mal das Ganze Bescheid. Und deal es, deal. Das heißt, wir haben jetzt unser Arcanium Ore. Und ich vermute, das müssen wir jetzt halt einfach rüberbringen. Weil ansonsten wird es hier nicht groß weitergehen an der Stelle. Ja. Dann mache ich das mal und gebe das dem Professor ab. Hier gibt es im Übrigen noch einen Custom Mon, welches ich gerne noch hätte. Problem. Ich habe jetzt gerade extra schon so eine Viertelstunde gesucht, weil ich dachte, zum Leveln ist zum einen nicht schlecht. Und zum anderen dachte ich, vielleicht habe ich Glück, weil es ist mal wieder ein 1% Encounter. Mega geil, ne, Freunde? Mega geil. Ah, warte mal. Wir haben doch jetzt Fliegen. Ich muss doch eigentlich gar nicht durch die Höhle laufen, oder? Die Frage ist, muss ich Fliegen wirklich einem Pokémon beibringen? Vermutlich, ne? Die Frage ist, ob es nicht auch einfach schlauer wäre. Weil es halt doch deutlich stärker ist als Windstoß. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, aber hey. Ich weiß auch nicht, ob ich es dem beibringen muss. Ich meine, es war eine TM. Ich glaube, ich kann die dem wieder verlernen. Jetzt halt die Frage, wo kann ich mich... Ich kann mich nur zu Stonedust Peak schießen. Aber ich glaube, es ist trotzdem kürzer, als wenn... Oh ja, es ist bei weitem kürzer, ja. Ich muss ja ihm nur das hier geben. Ja, easy. Und ja, das sind, äh... Oh, er hat gute und schlechte Nachrichten. Dann fangen wir mit den schlechten an. Okay, und er braucht anscheinend noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist aber in Ordnung, weil dann wird es sicher in der anderen Stadt irgendwie losgehen. Ja, es wird auf jeden Fall mehr Zeit kosten. Ähm... Und was ist die gute Nachricht? Ah, wir sollen einem Typen, der bei der Safari-Zone arbeitet, einen Brief übergeben. Das ist die gute Nachricht. Okay. Dass er da jetzt nicht hinkommen wird. Na gut. Und da sollen wir von Agorok Town in den Süden gehen. Ja, das kriegen wir, denke ich, hin. Das kriegen wir hin. Da machen wir jetzt nicht so einen Kopf. Achso, das waren doch gar nicht die guten Nachrichten. Ah, der hat aber anscheinend... Ähm... Der XP-Router, was ist... Oh mein Gott, was ist das? Ah, damit kriegen alle meine Pokémon. Ah, das ist so ein OP... Der OP-EP-Teiler ist das. Oh Gott sei Dank. Ist aber krass, dass wir das erst jetzt bekommen, ne? Also den ersten Orden zu bekommen, ohne zu dehnen, finde ich. Der erste wird 20. Ah, okay, am PC könnten wir den ausmachen. Ich wollte gerade sagen, wenn man den nicht abstellen kann, ist das aber schon ein bisschen kacke. Oh, aber dann habe ich jetzt gar keinen Stress, meine anderen Mons auch zu leveln. Boah, das ist eine sehr gute Sache, dass sie das eingebaut haben, ne? Weil ansonsten wäre ja mega kacke, wäre das nicht dabei gewesen. Anscheinend... War das jetzt noch nicht die Antwort. Weil irgendwie geht es jetzt immer noch nicht weiter. Warum? Ah, ich habe einfach nur die zwei Städte vertauscht. Wir müssen wieder an die Anfangsstadt gehen. Oh. Wo wir jetzt auch direkt einen Rivalenkampf nochmal haben. Okay, Rivalenkampf und davor hatten wir noch unseren Dingskampf. Das beides Back-to-Back ist auch eine Ansage. Gucken wir mal, ob Picknitz das schaffen kann. Das wäre ja sehr schön. Ah, Leech Seeds, die dodgen wir erstmal. Das ist sehr gut, dann fliegen wir mal los. Razor Leaf kommt, wie viel macht das? Wir sind halt... Okay, ein Crit macht 14. Dafür, dass der drei Level über mir ist. Ich hoffe, der hat jetzt nicht auch ein Level 20er Mon. Okay, der darf einfach... Der kann switchen. Auch etwas Neues, was ich damit gelernt habe. Okay. Die können wechseln. So, ich bin jetzt mal auf Plus 3 gegangen. Okay, jetzt sind wir nur noch auf Plus 2 mit Celina. Da sollte Return ordentlich scheppern. So gefällt mir das. Den Supertrank hauen wir ihm auch gleich raus. Wunderbar, wunderbar. Ich vermute, sein Starter wird entwickelt sein. Deshalb, ich glaube, so hoch Boosten lohnt es sich nicht, weil er hat ja den Feuerstarter. Also, können wir das getrost sein lassen. Und alle kriegen Erfahrungspunkte. Das ist so nice. Da kommt Chameleon. Level 19. Bro, und ich habe eigentlich... Also, ich habe halt nicht wirklich was gegen den, ne? Das ist halt auch das Problem. Ich muss irgendwie zum Leech-Zielen kommen, damit ich... Ich glaube, Leech-Ziel ist hier halt schon wieder meine Antwort. Oder was soll ich denn anderes machen? Kriegen einen Low-Sweep raus. Das ist ganz nice für einen Speed-Drop. Also, irgendwie ist der cool. Der hat Competitive. Das hatte meiner nicht, als ich den genommen hatte. So viel kann ich euch sagen. Oh, das ist gar nicht gut. Und wir kriegen nicht mal einen Leech-Ziel raus. Ich glaube, ich verliere, wenn der auf Plus 2 ist. Also, gefühlt weiß ich nicht, wie ich jetzt gegen den gewinnen soll. Hä? Was soll ich denn jetzt gegen den machen? What the fuck? Das wusste ich ja gar nicht. Okay. Ja, dann war Low-Sweep definitiv nicht der Play. Muss ich hier irgendwie so mit Fake-Out, glaube ich, mir... ...meinen Weg hier rumarbeiten. Und hoffen, dass der nicht nochmal irgendwas zum Dingsen hat. Weil ich kann jetzt gleich nochmal wechseln, den Opfern. Ich weiß gar nicht. Patrick braucht eher nochmal Erfahrungspunkte. Der ist noch nicht mal Level 14. Das heißt, ich würde Pegnitz hier opfern. Vielleicht lebt er einen, weil der gut Speed-Def ist. Nee. Nicht mal das. Wobei, ich glaube, ich muss den dann auch opfern, ne? Also, irgendwen muss ich danach noch abwerfen auch noch. Außer... Oh, das könnte gerade so genug sein, dass Leech-Ziel's killen. Oh, Gott sei Dank. Ey. Was hat der denn noch einfach competitive als Ability. Jetzt ist das einfach mein höchstgeleveltes Pokémon. Das ist auch irgendwie cool. Ja, jetzt kommen halt wieder Skiddo. Und gegen Skiddo sollten wir eigentlich gewinnen. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Unfassbar nicer Crit. Ah, Leech-Ziel's. Stimmt. Die existieren ja. Oh, das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Wie viel macht Return? Okay, mehr als genug, dass der Nächste auf jeden Fall killt. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Teil haben. Also, das Steel-Typing hat mir doch jetzt schon öfter den Popo gerettet, muss ich sagen. Also, wir bräuchten halt mal ein paar Monate so ein Feuer- und ein Pflanze-Pokémon, wäre ganz nice. Dass wir wenigstens so diese Dreiecksbeziehung, nenne ich sie jetzt mal, zusammenbekommen. Weil momentan, du, schaut jetzt noch nicht so geil aus hier. Dann schauen wir uns mal ein bisschen auf dieser Farm hier um. Was es dort so Hübsches gibt. Erstmal ist hier eine nice Limonade. Die nehme ich gerne. Ach, da darf ich gar nicht rein. Oh, ich dachte, das wäre so Gras, wo ich was fangen kann. Aber offenkundig ist es das nicht. Das ist alles so riesiges Heu, das ich noch nicht verschieben kann. Ha, schade eigentlich. Aber respektieren wir. Da könnten wir nochmal mit einem Stärkestein was machen. Hier wäre auf jeden Fall Gras. Da schaue ich dann auch gleich rein, ob wir noch irgendwas Nices fangen können. Aber erstmal gibt es hier wieder ein bisschen Trainerkämpfe, vor allem Level 13. Das ist sehr schön, weil das heißt, ich kann die vielleicht sogar besiegen. Das wäre ganz nett, dass ich auch mal meine anderen Mons wieder benutzen kann. Das finde ich doch äußerst sympathisch, muss ich sagen. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Hier ist ein Pokémon auf Level 18. Auf Level freaking 18. Bro, ich habe einfach nur bisher die Regionalformen gefangen, die es hier gibt. Und nur mit denen spiele ich gerade. Und nehme alle Trainer mit. Also ich muss eigentlich irgendwas verpasst haben, habe ich das Gefühl. Aber ich wüsste nicht was. Ich meine, wir kriegen wenigstens richtig gute Erfahrungspunkte. Wobei da jetzt auch, das ist wieder Level 13 wie das erste Mon. Also ich, die Levelkurve finde ich hier, Rockthrow, okay, nehmen wir gerne mit. Finde ich bis hierhin sehr, sehr weird, muss ich sagen. Also die finde ich, finde ich jetzt nicht so geil. Weil ich habe nicht das Gefühl, Laudred gegen Haunter. Oh, ich wette, der hat einen Ewigstein. Man kriegt doch hier niemals an der Stelle einfach Gengar geschenkt. Das glaube ich euch nicht, Freunde. Aber erstmal nehmen wir die ganzen nice Beeren hier mit. Könnte man sogar anpflanzen vermutlich. Und dann durch den Schlaf würden oder müssten eigentlich relativ viele hier so rauswachsen, oder? Ja, wäre jetzt zumindest mein Guess, dass das eigentlich gehen müsste, sollte. Äh, nein, Repel brauchen wir nicht. Und der könnte Helping Hand beibringen. Naja. Naja, sage ich da jetzt an der Stelle mal ein ganz großes Naja. Und hier kommen wir noch nicht weiter, ne? Da bräuchten wir Zertrümmerer, okay. Dann, äh, gucke ich mich mal hier um und schaue, ob wir ein neues Mannequin finden. Naja, acht. Schaut mal, wie cool hier das Ponyta auch leuchtet. Ich habe im Übrigen falsch geguckt. Ähm, es gibt anscheinend, äh, dort wo wir waren, gibt es zwar ein neues Mon. Aber das ist auch ein 1% Encounter. Das heißt, ich muss den auch offline, offscreen suchen. Äh, und das, was ich eigentlich dachte, was es hier gibt, ich kann ja einfach sagen, es wäre Meryl, beziehungsweise Azuril. Ähm, gibt es anscheinend in der Stadt hier? Ja, aber da müsste ich da oben halt hinkommen. Also da sehe ich halt jetzt Gras in der Stadt. Ansonsten wisst ihr jetzt nicht, wo hier noch so, so Encounter-Gras wäre. Weil davon sehe ich hier absolut rein. Gar nichts. Ja gut, dann, dann würde ich sagen mal, wait. Da war, da ist ein Meryl. Da ist ein Overworld-Meryl. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Ich würde, mich interessiert zwar auch, wie Azuril aussieht. Aber ey, wenn ich das Meryl mitnehmen kann, ich bin vor allem sehr gespannt, ob das jetzt einfach nur ein Normal-Type ist, wonach es ein bisschen aussieht. Oder was das noch so ist. Das interessiert mich, da freue ich mich gleich. Oh, du Stück Scheiße. So, hallo mein kleines Meryl-Leinchen. Yo, what the fuck. Okay. Der steht einfach auf so einem riesigen Mud-Klotz. Und das ist nicht sehr effektiv. Das riecht mir nach Gestein dann. Ähm. Boah, bin ich jetzt nicht Riesen-Fan, weil wir schon Gestein-Pokémon haben. Aber nehmen wir natürlich, ne? Wie ist es Gestein-Boden? Ich weiß es nicht. Aber es sieht sehr wild aus, muss ich sagen. Also ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einem Sprite. Vor allem, weil der Overworld-Sprite auch so gar nicht irgendwie, finde ich, in diese Richtung geht. Aber, äh, we take those. Bitte connecte mal die Hypnosis, wäre sehr sympathisch. Danke. Weil dann bleibt das Teil, bleibt, bleibt das Teil hoffentlich, äh, im Ball. Aber wir könnten, wir können sogar einen finster Ball werfen. Weil es ist ja gerade Nacht. Das können wir optimal für uns nutzen. Und dann sollten wir das Teil auch catchen können. Wunderbar. Okay. Dann hatte ich wohl doch recht damit, dass wir Meryl bekommen. Und wie ich gerade schon sehen durfte, hat Meryl ein äußerst interessantes Typing. Rockfighting. Das ist offensiv gesehen super strong. Hat auch Huge Power. Leider nur ein E-Plus bei den DVs. Aber, hey. Mit den DVs haben wir es sowieso nicht, ne? Aber das ist auch wieder ein sehr interessantes Kerlchen, muss ich sagen. Oh, man kann diese Bäume sogar schütteln. Und da kommen Pokémon. Okay, das habe ich auch gerade jetzt zum ersten Mal gemerkt. Dass man diese Bäume da schütteln kann und dann kommen da Mons raus. Aber ich kann euch sagen, it tracked, na gut. Wir haben dahingehend auch noch nichts verpasst. Ähm, zu angeln lohnt sich hier auch nicht wirklich. Ja, mit Surfer kommt man auch nochmal krass weiter. Und damit sind wir im Heufeld Plateau. Ich würde aber sagen, dieses wundervolle Heufeld Plateau. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dem Part. Ich denke, wir waren wieder sehr, sehr erfolgreich. Ich kann gar nicht einschätzen, wie unsere Pace momentan ist. Ich denke aber, sie ist relativ gut. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020